Ich bin Eva. Wann kannst du so richtig ausrasten? Im positiven oder im negativen Sinne? Ich würde sagen, mein schämisches Grinsen. Ich grinse schelmisch in allen möglichen Situationen. Man kann das gar nicht mit einer Verhaltensweise oder einem Gefühl in Verbindung bringen, denn das kommt, wenn ich unsicher bin, wenn ich etwas Lustiges gesagt habe, wenn ich etwas Ironisches gesagt habe, wenn ich besonders mysteriös wirken möchte, wenn ich sehr selbstsicher bin oder auch keine Ahnung habe von dem, was ich gerade erzähle. Also das ist sehr schwer, das jetzt auf eine Situation festzulegen. Ich rede gerne. Ich merke doch, dass mein Herz aufgeht, wenn ich unter Menschen bin, wenn ich mich unterhalten kann. Ich bin unglaublich gern unterwegs. Ich lerne gerne Sprachen, mal mit mehr, mal mit weniger Konsequenz und Disziplin. Es macht mir Spaß, mir Dinge anzuschauen, Wissen anzueignen und mich darüber auszutauschen. Wenn ich eine Person mit einer Person habe, ich denke, ich würde meinen Großvater wählen. Ich habe ihn kennenzulernen, wenn ich ein kleiner Junge bin, also ich nicht wirklich erinnere mich. Aber meine Mutter hat mir immer gesagt, dass er so kind war und dass er ein sehr, sehr, sehr peaceful und open-mindeder Mensch mit einem großartigen Herz war. Ich habe mich über die Zeit, wenn ich bis zum Maximum bin, also ich bin, wenn ich bis zum Maximum bin bin. Und ich werde ein Café mit einer Freundin oder einem Freund mit einer Freundin gehen. Ich möchte gerne diese Person sein, die diesen Abschied menschlich macht und würdevoll und diesen Abschied nicht noch trauriger macht als er eigentlich schon ist, sondern dafür sorgt, dass man vielleicht in Freude und Wohlwollen Abschied nehmen kann, dass man sich gemeinsam erinnert, Erinnerungen lebhaft macht, lebendig sein lässt, dass vielleicht Worte und Bilder noch nachklingen und dass das einfach ein schönes Erlebnis wird, so traurig der Anlass doch ist. Der habe ich, also gestern Abend, als ich angereist bin, ne vor, warte mal, wann war das? Und es hat mich unglaublich gefreut, als sie dann an der Tür geklingelt hat. Fertig? Magnifique! 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 Ok! Fertig!